recht nicht mit deinem Digger hört er gleich auf nee nee ja Digga machst du nix ja machst du nix Derni bist du zu Hause? ne ich bin beim Pückel aber versuch nicht mich zu beklauen nein nix nein 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 hab ich schon dreimal gemacht heute nicht heute nicht aber du bist bei mir zu Hause ne ich ja sicher doch ich bin bei dir zu Hause ja jetzt bin ich bei mir zu Hause ich geb's zu du bist beim Verzaubern gib's doch einfach zu ja ich bin da ich hab doch gesagt dass ich beim Verzaubern bin nicht verzaubern nein lass du nicht du kleine Murschi jetzt will er wieder ablenken ach da kann man ja noch gar keine Bücher verzaubern neeein Derni machst du nix die Buche ist die Buche geht und ein Buch geht nicht ja das kann man erst ab 1 4 6 oder 1 4 7 oder sowas Dauuuuuhh mein Leben ist nicht sehr wert ich geb mich den irgendwo runterspüßt okay krieg ich deine Level Level 18 und die Erde könnte ich gebrauchen das Gras das Gras könnte ich auch gebrauchen er braucht wieder Gras neuer Stoff für den Böhm Alter woher hast du so viel Sand den hab ich doch offscreen mal gefarmt ich kann dir mal zeigen wo wir farmen alle offscreen ich hab ne ich hab ne Wüste abgefarmt das Gras das Gras das Gras ja wir werden die Bombe immer machen mit Redstone ja hab ich vor bei Wückelshaus ich will die komplette Decke mit Redstone Lampen machen die man an und ausschalten kann jaows ca ist so Ka nm ansonsten du hast so Redstone? ich hab nur irgendwie so 2 Stacks das reicht nicht nur Mama verständlich aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa mach jetzt mal aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa wow krass Gibt's aber schon einen Amboss, oder? Ja. Was denkst du, wie ich meinen Bogen repariert habe? Was? Du hast deinen Bogen repariert? Und meine Spitzacke, meine Eisenspitzacke. Das ist voll doof, dann braucht man ja noch ein anderes Werkzeug davon. Ich dachte, man braucht nur die Level. In der neuen Version kommen Senti-Pumper. Ja, da kannst du dann so automatisches Einsortierungssystem machen. Du meinst, hoppa. Automatisches Wasser. Du meinst, hier ist der komische Trichter da. Ja. Was für ein System? Redet lauter, Digga. Einsortierung. Ach ja, Einsortierung. Ein? Einsortierung oder zwei Sortierungen? Oh, Alter. Das ist immer lustig, oder? Na. Na, heute nicht. Nein, 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 nein. So. Miau, 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 slashbuck. Slashbuck. Hast du etwa backt, oder? Slashbuck, Digga. Slashbuck. Slashbuck. Ey, was passiert, wenn du das eingibst? Nix, weil ich einen Punkt davor geschrieben habe. Ich hatte, ich... Der letzte Mal HBH hat da wirklich gesagt, Was passiert eigentlich, wenn man Slash... Also, wenn man das eingibt. Da habe ich es getestet, und das passiert. Äh, oder? Ach, nee, das war Slashleck. Slashleck. Steht da. Der Scherfer ist 22 Minuten und 50 Sekunden an, Mama. Und dann noch irgendwas von TPS und... TPS, Mami. Dann noch irgendwie wie viele Chunks. Alter, die Welt hat 1223 Chunks und 520... Chunk, Mama. 520 Lebewesen sind da momentan. Nein, nicht mehr gut. Ich glaube, so ist das, dass das Lebewesen sind, dieses NTTs. Im Neta sind nur 97. Und im Ende 14. Im Ende, ab in den Ende. In den Ende, Digga. In den, in den... Oh, mach's nix, Digga. Mach's nix, Digga. Mach's nix. Ich glaube, der macht auch nix, und der wird es nicht dastehen. Moskau, please now, FKA. Ich wollte nur mal ausprobieren. Ich wollte nur mal ausprobieren. Also, Bernd, ich hab viel... Ich bin jetzt auch da. Ey, ich kann aber noch trotzdem noch weiterzucken, haben wir geil. Ja, aber du, aber wenn du dich bewehst, steht immer da no longer auf. Hä, ich hab dich aber schon gesagt. Ja, das steht immer erst nach einer kurzen Zeit danach, da, nachdem du dich bewegst. Hä, Bernd, ich hab ungefähr vier Fleckenresignal. Okay, das reicht nicht. Aber ich... Hast du mal gesehen? Ich will aber nicht... Ich will aber nicht bei Birke was bauen. Ich will ne geile Witch Farm bauen. Witch Farm? Ne geile Bitch Farm, Junge. Bitch Farm. Oh, Stefan hat die Anfänger, die kleine Muschie wieder. Ich hätte sicher gerne vor. Was los? Ich hätte sicher gerne vor. Ich hätte sicher gerne vor. Ich hätte sicher gerne vor. Ey, äh, 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 äh. Ja, ich hätte sicher gerne vor. Ich hätte sicher, wenn du das Video hochgeladen hast, kannst du ihm hier dann mal sagen, äh, 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 irgendwie ein Ding dazu schicken oder was. Damit es auch schön hört. Was denn? Was der Paul gerade gesagt hat. Ach so, haha, äh, 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 äh. Ich würde mich nicht immer übernehmen, Watten soll ich mich nicht in oder kommen? Nein, ich würde mich vernehmen. Ja, du bist doch blöd. Schön, dass du soitayım. Ich gehe gleich zurückbleiben. Felta Tschibou. Welta Tschibou. Warten Digga. Harrykeiten, wir haben nicht das attraktiviert. Und wir haben auch die Bilder herrschen. Der liegt gerade fest, der die Melkonten immortal hat. Ich glaube, der stellt Foreign nearby. dass du nicht sehen kannst ich habe keine Steine äh keine Dämonie ja kein Thema das kommt ja wo ich will wenn ich wieder Tag haben wir haben es noch nach Digga wir haben schon wieder nach wir sagen ich ja deswegen boah ey haben wir jetzt der Kletzler dort bei mir ab gegen 1 etwa gebeten 3-6-Wertung Hennig jede von mir schwindet selber irgendwann ja auch noch da auch wenn ich hoffe diesmal ist es nicht so anzukommen wie zwischendurch mal und es ist eigentlich alle die um auch ab ab und ich bin ein toll ich könnte den Krieg und dann fällt er tot um und daneben steht direkt noch ein Krieg und der Schott die ganze Zeit verkrüppelt nach oben jetzt steht er noch ein Krieger und steht jetzt den Krieg auf einer Stelle in Lohen in Lohen in Lohen die Bordmann die Bordmann die Bordmann eben in 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 9 ich weiß nicht heute noch was ich nicht da muss ich nicht mehr aber eben die 9 Nr. Kacktus. Ah. Wo ist die Torch? Da ist meine Torch. Gib ihn da scheus. Scheus, gib ihn die Torch. Ich muss mal wieder Tiere süchten. Oh, anlöse Bogen. Ah. Ah. Alter, wie viel Koppelstorn hat er gebraucht. Mich eigentlich nicht. Wow. So, meine Rüsten muss eine neue. Ich werde nicht weiter, ich will jetzt wieder Tag haben. Und weg war der Bär nicht. Ich wollte ihn gerade mit dem Bogen abschieben. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich irgendwas nicht mehr hab. Ja, meine Fresse. Ah. Na Paul, was ist das? Was ist denn mit deiner Fresse? Ja. Ah. Boah, ist derzeit. Der ist Tag. Der ist Tag. Der ist Tag. Der ist Tag. Und das krieg ich mich auf. Und das ist wieder. Ein Skelettor. Ah. Hier, hier. Oh, Tag. an die die entweder benutzt es mal wenn ich brauche oder gar nicht er hat mich dazu angestiftet ja du hast auch einen stift wegen hättest du dir her da kommt ziegel rein ja ja machst du nix du da halt doch die Fräse halt doch die Fräse eeeew ich will nämlich raus weil das sonst nicht von zu sehen im Falle dass jemand sich fragt was das Totentuch ganz toll hast du es gemacht ja ja ich wollte mir eine Rüstung bauen genau ja wollte ich nur eine Rüstung bauen Mama ich überlege ob ich mal wieder auf jemanden ah jetzt bin ich auch gerade gesprenter da auf Textbombe auf Schiff ja passiert Digga, passiert nein Digga was ist da los? alter, der geht einem so auf die Eier ne Digga 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 verzauber mal wieder ne Schaufel nein ich bin echt zu blöd doch bist du ich will ne Level 1 verzauberung Soldat nein weil ich nicht Level verschwenden will für ne Eisenschaufel aber ich will das es schneller geht boah Alter wie lange meine Melons brauchen? Mann, die Frise du bestellst deine Melons in meinem Supermarkt oder what? wo bestell ich meinen Melons? Supermarkt? für dich ich will das nicht für dich für dich ich will das nicht für dich du wirst nicht ach Penis ich schau mal ob das da ist äh Sandkiss hier ja, ist hier wochen war hier ein Berg der ungefähr so hoch war oh tja, machst du nix? alter Paul was? ich hab ja nicht von Digga gesagt Digga ja, ich liebe nicht von Digga es geht machst du nix? ja Digga machst du nix? äh äh ach da machst du leider nix du machst auch gleich nix ach Penis Ehm ah Punkt 0 Punkt Leute 20 20 meine Flesse wir fällig nix hier noch reinfallen dreimal noch dreimal dann komm man hier insgesamt schon auf 80 wie hab ich denn das gebaut? in der Welt das ist drei hoch bla 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 m m m m